Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red DogGamble. Heute ist Mittwoch und ich spiele heute Mech Arena und ja, ich spiele hier gleich mit Lickilicki. Und dann viel Spaß. Ich habe hier so ein Greenstream. Läuft nicht so richtig. Naja, egal. Sollte ja kein Problem sein. Los geht es. Ich starte erst mit meinen Paragon. Ich starte erst mit meinen Paragon. Ich starte mit meinen Paragon. Ich starte jetzt mit meinen Paragon. Ich starte mit meinen Paragon. Ich starte mit meinen Paragon. Und jetzt habe ich noch ein paar Spots. Das ist so schlecht. vielleicht Gegner liggi liggi ist gestorben ach nein so es kommt nichts dran also das ist ein bot dahinten das weiß ich den botnamen kenne ich weg ist er 0 oh Hau ihn um, hau ihn um! Ach, fast down! Aber auch noch fast! Wieder ein 8.1 Ah! Ein 8... Ein 7.2 Aber gewonnen! Erste Runde geht an uns! Und gleich noch mal schauen! Oh! Heißt ja gar nicht mehr Lickilicky! Hey! Lickilicky! Wo bist du? Du bist ja gar nicht mehr dabei! Na gut! Dann... gleich noch mal schauen! Okay, die nächste Runde! Aber jetzt wirklich mit Lickilicky! Da steht er! Und... Jetzt kommt er hier dran! Hmm... Hmm... Und... ... 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 Okay Ah Verlängerung Die sind stark Wie soll ich den denn kaputt kriegen? Wie soll ich den kaputt? Wie soll ich den kaputt? Wie soll ich den kaputt? Sehr gut, sehr gut. Okay 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 Wie Okay Wie Okay Also die Gegner sind zu stark für mich Okay 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 1-1 Gott sei Dank Okay 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 Und gestunnt Kein Problem Okay Okay Das war's. Ah, schade, schade. Ja, 3-2. Also nicht wegen mir, sondern wegen Lickinicki. Aber der hier, der Prokhost, der ist heftig. Der ist so eine harte Panzerung. Ich hab vorhin gar nicht mein Dingens gezeigt, ne? Die Bewertung. Da war ich der Beste gewesen, gerade. So ein Mist. Hab ich's weggedrückt. Gut. Die nächste Runde. Okay, und die nächste Runde und die letzte, damit für heute. Schauen wir mal, wie die Runde ausgeht. Und gerade war ich beim Aufnehmen an einer Aufnahme, ah, okay. Bei einer Hunde am Aufnehmen. Und dann war auf einmal hinter eine Trick. 2-1. Und dann war ich das. Nice. Nice. 2-1. 2-1. Aha. 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 Ah. Demonstant Leia hat mich erwischt. 9-2. So jetzt kommen wir uns in hier. Ah, es ist ein Stunt, nein! Ah! Ich glaube, das sind wir KIs. Da steht ja gar nicht Demon Slayer, da steht Dragon Slayer. Loll! Geronnen! Lief ein bisschen langweilig für die Runde. Ging es leicht. Aber trotzdem, gute Runde. Und ich würde mal sagen, das war's damit für heute. Schauen wir uns die Bewertungen an. Ah! Ich habe meine Quest nicht fertig. Ah! Zubi! Gut, dann Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß! Auf Wiedersehen! Ciao, ciao! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Tschüss. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.